Hallo und herzlich willkommen hier aus Florida, aus Tampa und von mir ein kleiner Rückblick, denn heute geht es für mich nach Hause. Gestern war die letzte Show, die habe ich mit einer nicht so guten Platzierung beendet, aber auch für mich mit einer nicht so guten Leistung. Und jetzt will ich einfach so ein paar Worte verlieren. Wieso, weshalb, warum? Es war so, ich habe hier Anfang Mai gestartet in New York und New York Pro, dann die California Pro, die waren fest geplant und dann haben wir einfach entschieden von Wettkampf zu Wettkampf, wie ich mich fühle und habe mich erstaunlich gut gefühlt, deswegen habe ich dann weitergemacht und wir haben unheimlich viel ausprobiert und gelernt über meine Formen, die zu pieken, denn ich habe eine sehr dichte Muskulatur und bin mittlerweile einer der schwersten auf der Bühne und für mich ist halt sehr, sehr wichtig, genau zu pieken, also wirklich genau cranny hart zu kommen. Einige Wettkämpfe und da will ich gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil ändert eh nichts, was gestern geschehen ist, kann ich nicht rückgängig machen. Einige Wettkämpfe habe ich mich höher platziert gesehen, das heißt, da musste ich ein paar Ohrfeigen einstecken, deswegen habe ich auch immer weitergemacht, weil wir haben halt genau analysiert mit Manuel und ich selber auch, okay, wie war meine eigene Leistung im Vergleich zu den anderen, wir haben das verglichen und haben uns unser eigenes Judging gemacht, unabhängig von den realen Platzierungen und ich denke, da haben wir relativ fair gejudgt, also mich selber und nicht irgendwie jetzt hochgelobt, in den Himmel gejubelt oder sowas, sondern wirklich auch gesagt, okay, da war der besser, das war eine Schwäche von dir und ja, somit konnte ich diese Ohrfeigen ganz gut verkraften und einstecken, habe natürlich bei jedem Wettkampf auch gesehen, okay, das könnte noch besser sein und das könnte noch besser sein und habe wirklich fucking hart gearbeitet hier, wirklich jeden Tag, mir haben viele geschrieben von Deutschland, ja, genieß deine Reise, enjoy your trip und genieß Amerika und sonst was. Ich habe morgens trainiert, ich habe nachmittags trainiert, zwischendurch habe ich meinen Meal Prep gemacht, ich war so im Fokus, ich habe versucht wirklich bewusst auch zu genießen, aber es war schon hart, war schon schwer, weil ich habe hier wirklich richtig, richtig Gas gegeben, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich so richtig zu 100 Prozent Fokus hatte in der Prep, das ist, glaube ich, auch der Unterschied, so manche Amis, die schotten sich wirklich komplett ab, die sind auch wirklich vom Mindset her abgefuckt, du kannst sie den anschreiben, den ansprechen, die sagen, sorry, I'm in my focus und das war bei mir ein bisschen anders immer, habe immer trotzdem rundherum mein Tun und Machen gehabt, natürlich in der Wettkampfvorbereitung mehr Fokus als sonst, aber nicht so wie hier, dass ich halt wirklich morgens Cardio mache und dann einen Schlaf, eine Runde schlafe oder einen Rest mache und dann nachmittags trainieren gehe. Es ging dann weiter, habe ich mich höher platziert und dann irgendwann war ich auch wirklich zufrieden mit meinem Peak, mit meiner Form und irgendwann war ich auch zufrieden mit meinem Auftreten, mit meinem Posing, habe da auch wirklich viel Posing-Training gemacht und konnte mich höher platzieren und habe aber gemerkt, jetzt den letzten Wettkampf, da war ich hart am Überlegen, ob ich den mache oder nicht, weil mein Mindset war noch fresh, aber ich habe irgendwie gemerkt, innerlich, der Körper reagiert anders aufgrund der langen Zeit, also nur, dass ihr mal so ein Gefühl habt, ich war zwischen den Wettkämpfen so vielleicht mal auf maximal 3500 Kalorien, meistens eher auf 3-2, 3-1 oder sogar tiefer. Ich habe eine Lena Rammsteiner getroffen, die als Fitness-Girl zwischen den Wettkämpfen auf über 4000 Kalorien war und in front of the show, also für die Show, hat die ein Carb-Loading gemacht, teilweise von 800 bis 1000 Gramm Carbs, über 2-3 Tage und der Bauch ist flach und alles. Ich habe teilweise ein Carb-Load gemacht von 300 Gramm Carbs, bei einer Show mal 400 Gramm Carbs. Ich glaube, am Anfang in New York, da waren es mal knapp 500 Gramm Carbs für einen Tag, aber ihr seht schon, bei den letzten Shows habe ich maximal so 300-350 Gramm Carbs geladen für einen Wettkampf und selbst das war teilweise schon too much und da müssen wir bei mir wirklich sehr, sehr feinfühlig entscheiden, wie viel wir trinken, wie viel wir laden und so weiter und so fort, weil mein Körper reagiert da so empfindlich drauf, ich wäre dann so übervoll. Und was ich am Anfang immer nicht verstanden habe, weil ich war am Anfang immer so angepisst, weil ich gedacht habe, aber ich bin doch härter als die anderen. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht, weil ich manchmal das Feedback bekommen habe, kommen weniger Größe, weniger Fülle, kommen mehr in Condition, less size. Und da habe ich drüber nachgedacht über die Aussage und habe dann festgestellt, okay, ich darf mich nicht so viel mit anderen vergleichen. Wenn ich in einer schlechten Form bin, bin ich immer noch besser als viele oder immer noch besser in Condition als viele andere auf der Bühne, aber die anderen haben vielleicht strukturell einfach ein paar Vorteile, die haben bessere Latz oder tiefere Muskeln und können sich deshalb eine schlechtere Form erlauben, weil sie mit ihrer Structure wieder ausgleichen. Und bei mir ist es eben so, dass ich halt in meiner Struktur ein paar Schwächen habe, die durchaus besser sein könnten, dass ich komplett ein Block bin. Das ist, glaube ich, Bullshit. Also die anderen, die haben auch keine viel bessere Waist. Und beim Latz-Spread zum Beispiel, Back-Latz-Spread, die Pose, da ist mein Back-Latz-Spread mit einer der Besten. Nur ein Back-Double-Biceps sieht mein Rücken einfach nicht so gut aus. Müssen wir auch noch genau analysieren, was wir noch besser machen können und so weiter. Aber das ist ja das Interessante am Bodybuilding. Mein Joker ist halt aufgrund der Strukturschwäche, ist halt mein Joker Most Condition. Also die beste Form, abgezogen wie ein Kanickel, weil dann gleichzeitig meine Talie schmaler wird, meine Latz wirken besser, ich habe mehr Details, weil ich halt einfach so ein kompakter Typ bin, so eine dichte Muskulatur habe. Und sobald die ein bisschen zu voll ist, und da reichen bei mir wirklich eine Karpmalze zu viel, ein paar Gramm Salz zu viel, ist sehr, sehr feinfühlig. Also nicht, dass ihr denkt, wenn ich jetzt mal bei irgendeinem Wettkampf zu voll war und habe die Form nicht ganz getroffen, dass man da irgendwie Experimente gemacht hat oder Fehler gemacht hat. Im Bodybuilding ist es halt oft so, man muss sich für einen Weg irgendwie entscheiden und dann auch so ein bisschen hoffen, dass der Weg auch funktioniert. In der Vergangenheit habe ich beispielsweise, wäre ich auch schon mal mit irgendeinem Cheatmeals geladen und haben gehofft, es funktioniert und es hat dann funktioniert. Das Gleiche kann andersrum genauso sein. Man kann auch sagen, okay, diesen Wettkampf lade ich gar nicht und dann läuft man so leer, dass man auch scheiße aussieht, weil wenn man jetzt gar nicht lädt und die Muskeln gar nicht auffüllt, kann es zum Beispiel passieren, dass man vielleicht an manchen Stellen ein Tick härter ist, aber an manchen Stellen dafür die Details und die Streifen, die Striations verloren gehen. Also nur für euch so, dass ihr den Prozess so ein bisschen nachvollziehen könnt, weil ich mag Kritik, aber ich mag Leute, die sich mit der Sache beschäftigen und wo so ein bisschen Substanz dahinter steckt und nicht einfach nur die bei Instagram so drei, vier Bilder weiter zappen und so ein bisschen vergleichen, so augenscheinlich und sagen dann, ah ja, der ist besser als der und der hat eine scheiß Form gehabt und so. Weil man muss auch mal schauen, auch gerade bei Bildern, das sind auch Momentaufnahmen, da kann es sein, dass der eine hat gerade nicht ganz durchgeflext, der andere hat voll durchgespannt und da gibt es auch schon Unterschiede und deswegen, wer ein Bodybuilding-Fan ist, der beschäftigt sich damit und ich gebe euch einfach nur so ein bisschen im Hintergrund wissen, wie feinfühlig das Ganze sein kann bei manchen. Wie gesagt, wenn du halt von einer besseren Struktur lebst, kannst du dir Fehler erlauben. Ich sage jetzt mal als Beispiel unser Urs Kalicinski, der eine absolut wunderschöne Linie hat. Der hat auch schon Wettkämpfe gehabt, wo er nicht so ganz gepiekt war, aber der kann es halt ausgleichen durch seine Linie und so weiter und so fort. Und bei mir ist halt, wenn ich ein paar Prozent daneben liege, dann kann ich halt quasi mehr oder weniger daheim bleiben. Ja, und diese Show jetzt in Tampa, da ich war noch, wie schon gesagt, härter als viele andere, aber für meine eigene Leistung und daran messen mich auch die Kampfrichter, weil die kennen mich, die sagen immer dann, ja, komm so hart wie in der Show, das ist dann nämlich auch so ein Problem. Wenn ich wahrscheinlich jetzt das erste Mal mit der Condition kommen würde, würde ich sagen, wow, most condition. Wenn du aber jetzt schon mal besser warst in Condition, dann kommst du wieder und ein paar Prozent schlechter bist, dann erinnern die sich daran und dann hast du auch so ein paar Minuspunkte. Und es gibt eben zwei Sachen, die ich jetzt quasi, wo ich daran arbeiten muss oder die ich mir Gedanken machen muss. Bei der nächsten Show, wie peke ich am besten, dass ich so hart wie möglich komme, aber auch keine Streifen verliere. Und der zweite Part ist eben, improve your Lads und natürlich die Adduktoren müssen noch besser werden, dann kann ich die beide weiterstellen, aber vor allem eben die Lower Lads, die müssen besser werden. Aber das wussten wir und da haben wir letzte Saison dran gearbeitet. Ich hatte gerade mal zwei Monate Offseason und für die zwei Monate Offseason oder drei Monate habe ich wirklich gute Fortschritte gemacht. Das heißt, es heißt einfach nur daran anknüpfen und daran weitermachen. Ja, jetzt vielleicht nochmal zum letzten Wettkampf. Ich habe halt gemerkt, der Körper reagiert anders. Dinge, die sonst funktioniert haben die ganzen Wochen zuvor, die haben jetzt in dieser Woche gar nicht funktioniert. Und dann war ich erstmal kurzzeitig zufrieden mit der Form, dann ist das wieder gekippt und wir haben zum Beispiel die Carbs mal runter gemacht. Dann bin ich schwerer geworden, die Form wurde schlechter. Da haben wir ein paar Carbs reingemacht, dann bin ich über Nacht getroppt, das Gewicht getroppt, ich war leichter, es sah wieder besser aus. Aber dann war die Gefahr, dass ich wieder zu voll bin. Und so sind wir halt in diesen Wettkampf reingecruist, so mit Up and Down. Das kann man vergleichen wie mit einem Rennfahrer, der die Chance hat in die Box zu fahren und das Wetter schwingt um. Die in der Box müssen dann entscheiden, okay, mache ich dem jetzt Regenreifen drauf, wo er eventuell ein bisschen langsamer ist. Oder geben wir das Risiko und er fährt weiterhin mit seinen normalen Rennreifen. Und das muss man halt vorher entscheiden. Und wenn er jetzt die Rennreifen drauf hat und auf einmal fängt es an zu regnen, dann ist halt Shit Happens. Und so haben wir das halt auch gemacht. Wir haben geschaut, okay, welchen Weg gehen wir jetzt? Bleiben wir jetzt mit den Carbs ganz, ganz unten oder machen wir ein paar Carbs rein? Und haben dann ein bisschen was geladen, aber gar nicht viel. Aber es war irgendwie schon zu viel für meinen Körper. Und somit bin ich fein mit der Platzierung. Klar habe ich mich zwei, drei Plätze besser gesehen, aber die bringen mir unterm Strich auch nichts, denn ich wollte gewinnen. Aber ich bin fein mit der Platzierung, weil einige Shows davor war ich nicht fein, weil ich wirklich mein Paket besser fand als viele, die vor mir waren. Diesmal bin ich fein, komplett fein mit dem Ergebnis, weil ich mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden bin. Ich bin auch fein mit mir, weil ich weiß, ich habe alles gegeben, ich habe sehr konstant gearbeitet und ja, es hat nicht funktioniert. Wer weiß, ob ein anderer Weg an der Stelle funktioniert, hätte, aber hätte, hätte Fahrradkette. Nur, dass ihr so ein bisschen mitbekommt, wie Wettkampf Bodybuilding ist, wie wichtig diese Peak Week ist, dass man da viel besser oder schlechter machen kann. Am besten, man ändert gar nicht viel in der Peak Week, weder in die einen noch in die andere Richtung. Aber bei mir war das halt so, ohne dass wir viel geändert haben, ging das halt so. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das Mindset ist vielleicht fresh, aber der Körper braucht vielleicht eine Pause. Es waren jetzt viele, viele Reisen, immer mit Zeitunterschied und anderes Wetter und so weiter. Also war jetzt wirklich eine taffe Saison. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die mich supportet haben bei ESN.com mit meinem Rabattcode BEEF, die mir die Daumen gedrückt haben, die kommentiert haben, die hinter mir stehen und standen und was weiß ich. Vielen, vielen Dank an alle. Bedeutet mir wirklich viel. Wir sehen uns wieder in Deutschland. Da werde ich mit Manuel alles analysieren, ob wir, wie wir weitermachen, ob wir jetzt eine längere Pause machen oder nur eine kurze Pause und vielleicht nochmal angreifen und es steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Erstmal zu Hause ankommen, mal ein bisschen Revue passieren lassen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall, ja, guter Dinge. Und die Kampfrichter und auch viele andere hier haben gesagt, du hast alles, was man braucht. Du musst halt einfach jetzt nur die letzten paar Prozent noch schaffen, eben Platz verbessern und eben Most Condition kommen, so cranny as fuck. Und dann steht eben nichts im Wege. War dieses Jahr sehr, sehr knapp. Ich denke mal, den einen Wettkampf oder vielleicht sogar zwei Wettkämpfe. Vor allem einen Wettkampf hätte ich gewinnen können, sollen, aber ja, hat nicht sollen sein. Können wir jetzt nicht ändern. Nicht der Vergangenheit. Das heißt, nach vorne schauen, Krone richten, weiter geht's. Let's go. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle hinter mir steht. Rabattcode Beef. Supportet mich, regelt. Danke an ESN für die Unterstützung. Die macht auch. ESN hat auch vieles möglich gemacht hier bei der Reise. Hat mich gut supportet. Und wir sehen uns wieder in der Eisenhöhle, in Deutschland, in aller Frische. Ciao aus Tampa. Macht's gut.